So Leute, ich geh nochmal in den In-Out Burger in Kalifornien, ich zeig's euch, ey, so traumhafte Burger, very beautiful hamburgers, in-and-out, in-and-out burgers. So a beautiful day in Kalifornien. I'm in the In-Out Burger restaurant, the best hamburger in the USA, sind die besten Hamburger hier in den USA, and many greetings, viele Grüße an Marc Wittach aus Karlsruhe, er hat mich gebeten, many greetings for him from this video. In-and-out burgers. We need it in Germany too. In-and-out burgers. I become a double-double cheese, in-and-out burger, in Kalifornien. einen doppelten Hamburger mit Käse, in-and-out, das gleich. Und schöne Grüße an die Heimat. Many greetings for the home, ne? Ja, das Warten ist immer lange, we wait always long, and we wait up the hamburger. Ja, hat eben sein Preis-Quality, ne? The quality is high and good for eat, and you must wait long after a good hamburger. The hamburger coming, yay! Achtung, I show all, I show it. Das ist nicht so wie die Deutschen. Das ist In-and-out hamburgers. Wow! Wunderbar. Wunderbar. Miam, 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 miam. Good eat? Good eat, ja, good eat. Hello. This was eat by In-and-out burgers. Ey, so good. Das war Essen bei In-and-out Burger in Kalifornien. Jetzt geht's zum Flughafen. Also, top. Und jeder, der nach Kalifornien kommt, sollte hier mal reingehen. Sagenhaft. Go in the In-and-out Burger in Kalifornien. Mhm.